So ihr Lieben, herzlich Willkommen zum 19. Dezember und zum 19. Türchen. Ich bin mittlerweile ultra gespannt, was es mit dem Weihnachtswunder auf sich hat und wir schauen einfach mal rein. So, hier waren wir stehen geblieben. Ach, ich erinnere mich noch an meinen Spoiler. Na gut, so 19. Dezember. Das hat wohl nichts gebracht. Aus irgendeinem Grund kannst du das Objekt weder identifizieren noch anfunken. Dir bleibt nichts anderes übrig, als auf gut Glück das Objekt auf dem Radar anzustauen und zu hoffen, dass es sich um ein Schiff handelt, das dir helfen wird. Vielleicht ist es auch ein Eisberg. Zunächst musst du nach dem Systemausfall allerdings noch den Kompass kalibrieren. Ach so, das ist der Kompass. Bei dem ich zum Glück schon weiß, was die Lösung ist, obwohl ich mir Zeit gelassen habe zwischen den 18. und den 19. Türchen. Also der kürzeste Weg von hier nach hier ist eine 6. Und das Blöde ist, ich weiß quasi schon, dass die Lösung Türchen Nr. 6 ist. Allerdings, es sollte es so einfach sein, dass ich einfach von hier nach dort zählen muss. Brauche ich irgendwas anderes? Aber, gab es hier nicht irgendeinen Kompass? Ich gucke mal mit euch. So, es ist nämlich so, dass ich gestern aus Versehen, also für euch gestern, für mich ist es schon ein bisschen länger her, in Türchen Nr. 6 reingeschaut habe. Weil ich dachte, naja, vielleicht muss ich doch woanders ausstechen. Hier ist nochmal so ein Ding. Und, ja. Hier. Aber, weil was hilft mir das? Oder ist es einfach nur Just for fun? Auf der einen Seite bin ich jetzt, also auf der einen Seite finde ich es blöd, dass ich mich da gespoilert habe. Aber, auf der anderen Seite finde ich es gut, dass ich zu diesem, das brauchen wir, glaube ich, auch noch irgendwann. Das machen wir auch nicht für den besten. Uh, wartet mal, das ist doch blau und rot. Vielleicht probieren wir das mal aus. Also. Verdammt. Ja, da seid ihr. Okay. Wo waren das jetzt? So, auf der anderen Seite, äh, entspannt mich, also auf der einen Seite finde ich es blöd und auf der anderen Seite entspannt es mich auf jeden Fall, dass ich da schon ein bisschen Bescheid weiß. Okay, ihr werdet wahrscheinlich nicht beides sehen können. Ähm, Norden, Osten, Osten, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 nach Süden. Und 1, 2, 3, 4 nach Norden. Ach, und dann ergibt das eine 6. Ah, das gefällt mir schon eher. So, 2 nach Westen. 1, 2, 3, 4 nach Süden. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 17, 20, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 21. So, für alle dieses jetzt, falls ihr das nicht so gut sehen konntet. Na, das gefällt mir doch. So, hat das Ganze noch Sinn gemacht und wir haben das Rätsel auf ehrliche Art und Weise gelöst. Das ist doch okay. Passiert. So, oh schön! So und hier hinten sieht man schon, hier, 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 hier und hier. Achso, 20. Dezember und das ist ja heute gar nicht dran. Okay, wir haben es gelöst. Ich bin ultra zufrieden, dass wir das Rätsel ehrlich gelöst haben, obwohl ich mich schon gespoilert hatte und das war's auch schon wieder für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!